Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ein bisschen gebraucht, um diese Niederlage in erster Linie zu verarbeiten. Wenn man als Hardcore-Dortmund-Fan in einem Champions-League-Finale steht und diese Übermannschaft aus Madrid 70 Minuten lang mehr oder weniger dominiert und der Matchplan perfekt aufgeht und das Einzige, was fehlt, ist dieses verdammte Tor, dann ahnt man irgendwann, bei mir war es zur Halbzeit so, dass es heute so läuft wie eigentlich immer, wenn Real spielt. Keiner weiß wie und am Ende haben die so viel Willen, Mentalität und Spielidee, dass sie irgendwie die Tore machen. Am Ende, ja, verdient, unverdient, verloren, ist eigentlich egal. Real hat das Ding geholt. Wer so oft in, ich glaube, in zehn Jahren sechsmal Champions-League gewinnt, hat es verdient. War ein krasses Spiel, war eine coole Champions-League-Saison, aber es geht weiter. Ich wollte euch mit dem Video gestern schon eigentlich belästigen, aber ich habe es nicht geschafft, diesen Frust, den ich gestern hatte, so aufzubauen. Aber jetzt bin ich wieder da, Leute. Ein Review zur Season 4 von Modern Warfare 3, was selten ist mittlerweile bei mir, weil die meisten Seasons interessieren mich in Call of Duty tatsächlich so wenig, dass ich gar keine Lust habe, darüber zu sprechen, obwohl das immer gute Videos sind, die von euch sehr, sehr interessiert entgegengenommen werden. Das Problem ist, wenn ich in so einer Season nicht mal spiele, weil mich halt COD in dem Moment dann nicht so sehr interessiert, dann ist es irgendwie dumm, darüber zu sprechen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich verkaufe euch da irgendeine Meinung, die ich gar nicht habe und nein, das ist dumm. Aber diese Season, ich bin bei 40% vom Battle Pass. Ich habe mir das erste Mal seit, glaube ich, vier Monaten Battle Pass geholt. Ich spiele Rebirth aktuell, habe den Multiplayer getestet, die Streaks ausprobiert. Alles Mögliche und muss ganz ehrlich sagen, diese Season hat mich tatsächlich von Anfang an zumindest so weit interessiert, dass ich es jetzt aktuell mehr oder weniger regelmäßig auch spiele. Dazu kommt natürlich, dass Tarkov, mein Main Game, jetzt gerade so Endwipe ist, wo auch nicht mehr so viel zu tun ist. Aber, das ist egal, wir reden darüber, was cool ist, was nicht so cool ist. Werd euch mitnehmen, aber eine wichtige Nachricht von meinem Sponsor Holy für euch. Wir haben seit gestern drei nagelneue Cocktailsorten dabei und eigentlich wurde mir gesagt, ich soll sie noch nicht öffnen. Ich will ehrlich sein, ich habe Daikiri gesehen, das ist Erdbeer und Wassermelone und es hat nicht so lange gedauert und ich habe ihn geöffnet. Absoluter Favorite von mir. Ich liebe Erdbeere, ich liebe Wassermelone. Die Jungs und Minutes von Holy sind in Thailand. Holy sponsort für die ganzen Mitarbeiter. Einmal im Jahr einen gemeinsamen Urlaub, was absolut krass ist, um ehrlich zu sein, und haben die drei Geschmackssorten direkt mitgebracht. Das heißt, wenn ihr Bock auf ein paar Goodies habt, wenn ihr Bock habt auf eine Gratisreise, ihr kriegt nämlich eine von zehn Reisen, beziehungsweise könnt eine von zehn Reisen gewinnen, dann ist das eure aktuelle Chance, euch die dicken Banden zu holen. Ihr könnt meinen Code unten eingeben, Link ist auch unten. Absolut geiler Partner, ich freue mich immer, wenn ich euch was Neues zeigen darf. Und wir haben Mojito da, wir haben Caipirinha Crab. Mein Favorite, aber absolut Daikiri Dolphin. Ihr sagt es euch, wie es ist, ich mache auch gleich noch einen auf. Leute, was hat uns die Season 4 eigentlich so gebracht? Und dafür sollten wir uns eventuell einmal kurz nochmal einen Überblick über die Roadmap verschaffen. Die Roadmap einzeln durchgehen brauchen wir, glaube ich, ehrlicherweise nicht mehr. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, allein, dass die Car zurückgekommen ist, die in Multiplayer dominiert, in Warzone dominiert, in Rebirth dominiert, hat so ein richtiges Feeling von Old Rebirth Island für mich zurückgeholt. Ich bin ein großer Fan davon. Die Streaks, die wir im Multiplayer freigeschaltet haben, machen auch Fun. Ich bin kein großer Fan davon, dass man Streaks und solche Sachen freischalten muss, weil das immer so, keine Ahnung, es ist so künstlicher Grind. Aber es ist nicht schlimm, wenn man eh ein bisschen spielt. Man kann es ja mit den ganzen Herausforderungen nach vorne setzen, habe ich mittlerweile gelernt und kriegt es relativ zügig. Paris und Tokio, beides Karten, die mir persönlich auch gefallen. Die sind für den Multiplayer passend. Wir kriegen in der Season jetzt ja noch zwei neue Karten. Eine Variante, eine ganz neue. Dazu haben wir verschiedenste Modi, wo unter anderem, meiner Meinung nach, dieses extreme Crank aufgeputscht sehr, sehr viel Fun macht. Und ich persönlich grinde komplett, weil Warzone an sich interessiert mich, wirklich absoluten Scheißdreck. Ich grinde absolut Rebirth Island, kann ich nur eine negative Sache zu sagen. Also einmal K und die Superi, die neue MP, die machen Fun, sind natürlich wieder Meta da. Das ist alles, damit kann ich leben. Eine negative Sache und die kann ich nicht verstehen. Wenn ich bewerten müsste, würde ich sagen, Rebirth Island ist eine 10 von 10. Vom Map-Design, vom Flow, vom Fun her. Fortune's Keep ist eine 6,5 von 10. Es ist, ich mag die Farbgestaltung nicht so sehr. Der Aufbau der Karte ist nicht so gut. Aber ich kann es spielen. Ich kann es auch 3, 4 Stunden spielen und fühle mich noch nicht ganz schlimm dabei. Aber Vondel ist die absolute Hölle. Wer auch immer sich diese Karte ausgedacht hat. Jeder Fight auf Vondel ist von Dach zu Dach, von Gebäude zu Gebäude. Auf der Straße läuft keiner. Oben fehlt, gibt es keine Gunfights. Es ist, welches Team die beste Pose auf dem Dach hat, gewinnt in 90% der Fall die Runde. Dass sie es wieder gemacht haben, dass man Rebirth Island, Fortune's Keep und Vondel alles als Rotation hat, fuckt heftig ab. Man spielt eine viertel Stunde Rebirth Island. Was bedeutet, wenn man es verkackt, spielt man zwei Runden. Wenn man eine gute Rebirth-Runde hat, spielt man eine Runde und muss auf die nächste Karte. Und wenn man Vondel zweimal verkackt, muss man dreimal auf Vondel. Und dann spielt man eine Runde Fortune's Keep, ist wieder bei Vondel. Ich hoffe, dass sie endlich einsehen, dass den Spielern die freie Option gelassen werden sollte, welchen Modi, welche Karte, wie sie spielen wollen. Wir haben schon so viel Reglementation und Regularien und Skill-Based Matchmaking und Partygröße und sonstige Sachen, die schon einschränken, wie man das Game spielen kann. Da braucht es wirklich nicht noch etwas, wo man auch noch zeitlich begrenzt einzelne Karten spielen kann. Weil, ich bin der Meinung, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn sie an den Spielerzahlen, die sie haben werden, sehen, dass zu wenig Leute Vondel spielen, dann gibt es zwei Optionen. Nimmst Vondel raus oder machst die Karte besser. Oder du lernst für die Zukunft, was die Leute wollen und was die Leute nicht wollen. Den Bettepass an sich braucht man, glaube ich, nicht einzeln durchgehen. Also, ich habe ihn mir von meinen COD-Punkten diesmal geholt, weil ich ihn durchspielen werde und die COD-Punkte wiederbekommen. Ich verstehe YouTuber nicht, die 150 Euro dafür ausgeben, um euch zu zeigen, was im Bettepass ist und dann die Aussage tätigen, dass sie es mit ihren Videos wieder zurückbekommen. Weil, seien wir ehrlich, das ist absolut dumm. Die Aussage ist dumm, die Leute, die es machen, ist dumm. Und diese 150 Euro kann man sich sparen. Man kann Bettepass auch zeigen, ohne dass man die Sachen kauft. Die Leute machen dann ein Video mit einem dieser Skins und das war's. Ich will mich nicht drüber aufregen, ist einfach dumm. Wer es macht, ist halt dumm, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich finde ihn okay, den Bettepass, er haut mich nicht um. Die beiden Waffen, es sind immer zwei Standardwaffen dabei. Jetzt kommt noch eine Nahkampfwaffe, glaube ich, und eine Shotgun, wenn ihr es richtig gesehen habt. Eine Spatz 12 und so eine Art Hammer soll noch kommen, irgendwie. Finde ich alles okay. Es ist die Standardanzahl an Waffen, die wir in der Season bekommen. Daran bewerte ich in Call of Duty nicht mehr. Weil einige es noch nicht ganz verstanden haben. Ich habe generell mit den Mechaniken und dem Game an sich von Modern Warfare 3 überhaupt gar keine Probleme. Ich finde, es ist noch eins der besseren der letzten Jahre. Mein Hauptproblem, warum ich auch teilweise so wenig Interesse an Call of Duty mittlerweile habe, ist, und das ist ganz allein, Skill-Based Matchmaking. Schlechte Server-Performance dabei, unglaublich nervige Runden durchgängig, unglaublich nervig anstrengendes Gameplay. Wenn ich tatsächlich einfach nur auch im Stream vor Fun spielen will. Ich nehme an keinem Rebirth- oder Warzone-Turnieren teil. Ich nehme an keinem Multiplayer-Turnier teil. Ich möchte einfach nur mit meinen Jungs und Mädels zwischendurch ein paar entspannte Stunden zocken. Witzige Aufgaben für die Leute machen. Die Zuschauer freuen sich, wenn ich Challenges für die mache. Das macht mir persönlich Fun. Aber sagen wir mal, ich habe eine Challenge und ich muss mit einer Shotgun jeweils mit einem Schuss fünf Leute töten, ohne zu sterben. Das ahntet immer in einem absoluten Schwitzfest aus, weil einfach alle Leute anhand meiner letzten Runden um ihr Leben spielen. Skill-Based Matchmaking ist ein Dreckssystem. Es ist ein Engagement-Optimized Matchmaking, wie immer man die Schande nennen möchte. Es manipuliert die Art, wie ihr spielt. Es manipuliert die Art, wie ihr über das Game denkt, damit ihr Geld ausgebt. Ich werde niemals ein Fan davon sein. In Rebirth Island spiele ich, sei offen, habe ich schon immer mit dem VPN. Da geht es. Manche Runden sind trotzdem schwitzig, manche Runden sind gut. Aber ich habe generell eine bessere Server-Performance. Denn ohne VPN im Multiplayer oder Rebirth habe ich jede zweite Runde einen dreistündigen Ping oder alternativ Paketverlust. Ich habe schon gehört, es ist Telekom, es ist Vodafone. Ich glaube an das alles nicht mehr. Das sind alles so Sachen, die nerven einfach. Aber insgesamt ist die Season, finde ich persönlich, bisher richtig gut. Dieses Event, was wir jetzt bekommen haben, wo man diese Seelen einsammeln soll. Bei manchen ist es ein bisschen verbuggt. Manche können keine blauen Seelen einsammeln, manche keine roten. Dafür gibt es am Ende einen Bauplan und eine Tarnung. Finde ich okay, aber wenn ich daran denke, wie andere Games es hinbekommen, dass Events laufen und wie Call of Duty zu einem Season-Start-Events macht, denke ich mir jetzt mal, das kann nicht euer Ernst sein. Dieses Event ist einfach überhaupt nichts Besonderes. Macht man einfach nebenbei. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber insgesamt würde ich der Season eine 7 von 10 geben. Ich finde sie echt okay und kann jedem empfehlen, der jetzt die letzten Wochen wenig COD gespielt hat, aktuell da so ein bisschen reinzugucken. Es macht aktuell mit ein paar Jungs, wenn man das SPMM nicht so ernst nimmt, tatsächlich Spaß. Leute, ich hoffe, ihr habt auch Spaß an der Season. Bin gespannt, wie jetzt so dieses Mid-Season-Update kommt. Ich warte ja darauf, dass wir jetzt in sechs Tagen am 9. Juni das Microsoft-Showcase haben, wo von Black Ops 6 was gezeigt wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass wir irgendwie zum Ende der Season 4 so einen Übergang, so einen Trailer-Übergang von Warzone zu Verdansk haben werden. Und es wird jetzt mehr über Black Ops 6 kommen. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt, Leute. Wenn ihr ein Thema habt für MW3 oder Black Ops 6, was ihr gerne von mir angeschnitten haben wollt, was für Leaks gibt es, was für Infos, wie wird es sein? Haut das in die Kommentare, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, würde mich persönlich riesig freuen. Checkt meine Jungs und Mädels von Holi ab und ich sage, haut rein, bis dann.